hallo meinen lieben freunde zu einer weiteren folge minecraft das let's play ich habe noch nicht so viel gemacht in der zwischenzeit so auf jeden fall haben wir jetzt eine spinne hier ich habe meine letzte folge mein ganzes da verloren ja gut das war nicht so schlauer das mit uns davon aber ich wusste nicht ich muss nicht zurück haben wir aber gestorben hat mir englige tüten steht doch jetzt ganz dämlich es wirklich dämlich dämlich so ist es noch zwei namens hier gefunden und wir gucken was wir in der folge machen die kollegen ist welche fäden machen keine ahnung auf jeden fall habe ich alles wo hier rein kein bock eng was zu verlieren so ist hier viele ressourcen rektor ich habe ton gehe ich jetzt ein bisschen fahren will ich mal sagen hier vielleicht auch das war hier ich hier 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 wir hier hier Okay. ja letzte folge war super ich hoffe ihr guckt euch die folgen ein bisschen länger an das würde mich echt freuen leute wenn ich freunde die tage nichts kam ich habe ich habe ich habe die grippe ich habe kaputt und nichts so was ist so musik wenn sie krippe exudieren der flippe er hat noch als mond gesehen die jetzt morgen da ich guck mal wie treffen kann damit oh ja komm her komm her Jo, was neobi? M Ernest dich Krakü Ne 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 Oh wir fassanden in den in den in den in den morgen so machen wir so machen nein das wollte ich jetzt gerade gar nicht machen ein mit aus wie das jungen sehr dunkel nene wasser war ja das gehört ich koppel flachsen das könnte ich ja richtig flachsen ist ganz blöde warum wir hier im stein auf stein sachen so machen wir uns mal einen weg das ist ja auch wieder hochkommen nachher nicht dass ich hier einfach nicht mehr hochkommen einfach vorweg hier unten ja nicht so geil die wäre mich so verzeichen die dinge da unten ja schön für denke ich auch mal leiter mal wieso nervt das wieso muss ich für alle kack hier gehen wir nicht auf der kuh ist nur eine kuh ein mann aber halt doch dein maul so kann mir irgendwie stein sachen ich schwöre die auf gott sogar du christ so wir haben unseren ersten rufen so ich brauche auch trotzdem noch holz was muss was macht das hat er jetzt nicht gemacht das ist so ne arsch geeignet darf nicht was sitzt du denn von mir jetzt ich bin mir jetzt mal hier hoch ach dicker ich denke die haben mich doch alle verarschen oder die will mich doch alle verarschen heute das ist das gleiche gefühl dass mich heute alle fachs hier habe ich nur flachsen wo es geht die kann mann zu ende bauen auf kurz jetzt alter 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 da flippe ich hier aus voll könnt ihr mich machen hier spiel liebe ist ja das spiel und ich das ist einfach auch eine liebe jetzt kommt der nächste woher und tötet mich ja jetzt kommt keiner mehr zufällig wenn ich am baum bin ich würde ich kann es voraussehen ich sehe es war ja das jetzt der nächste kommt der ist ja doch komm ich kann hell sehen alter ich kann richtig hell sehen dankeschön solcher läuft ja immer ich höre um eine spinne kannst du mir mal okay steige das ist so jetzt wohl stirbt doch egal ist mir scheißegal europa die gas brauche ich denn nichts davon vielleicht dass dich das nicht da soll ich auch nicht das egal ich weiß haben von kohle können sie mir kohle geben oder vielleicht eine bessere angst vielleicht wenn kohle welche glücklich versuchen wir jetzt bessere axt zu machen das schön ist glücklich was von her es ist ein richtiger spot wo ich erworben so dankeschön das ist eine spinne super da ist ein skelett hier alles auch viel angenehmer viel angenehmer es geht einfach viel d d d ich hab dir nichts getan du tust mir nichts und ich tue dir weiter nichts verzweifelt ich bin ruhig kohle ich glaube immer ein schwein pfeift ich brauche endlich mal kohle ich brauche nicht nur stein da kann ich mein ding noch stein machen endlich auch schön mann ich brauche einfach nur kohle jetzt erfahrung die aufsuche bin ich wieder zurück wenn wir dadurch kohle gefunden dann kann ich gar nicht mehr zurück das ist mein glück sieht aber schon so kohle ich aus geht nur gut sich schon runter gekommen ein guter stück nicht aber englose kohle kohle oh konnte gar endlich mal kohle können wir doch einmal mein leben was gutes über dunkle jetzt draußen draußen war super ich baue hier rum wie ein ochs der kohle sucht naja was mache ich denn der sonst will räuchern alles ja 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 so weiter geht's leute mit der hülle und ich will sagen ich brauche ich sehe aus dem bildschirm sitze so gerade ihr bei euch ein bisschen schwieriger ist bei mir ich habe alle noch so jung und gesund funktioniert hier nicht eine fliege ich hier noch aus oder so kein german das ist aber noch hell mensch ist kinder wirklich kann man das nicht findet was man braucht was wir essen sehr freundlich Oh, ah! wieso ist er bei der tiefe hier was nicht wissen skeptisch ist keine kohle ist gehoffnung erb gebaut die steppe alter so haben wir alles einsammeln keine kohle mann und dieses die erde so lange unten ist kein zurück mehr gibt sonst sterbe ich einfach qualvoll wieder wieso es ist noch hell draußen ja gut so ich erkenne gefühl gar nichts mehr das ist richtig nervig so das ist eine längere folge kann ich sagen weiß ja auch nicht wieso weil ich will kohle ich mache die folge ist nämlich kohle gefunden habe es kann dauern kohle clean das ist war noch ein clean clean klima da faca da habe ich jetzt davon liegen fast wieder ein blog okay and stick is love tonight so so manche kohle finden kohle 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 ich finde ich ja kohle wer weiß sieht aber aus kohle gefunden direkt kopf jedoch was ist direkt kohle ehrgeiz der wille erzählt ich sehe kohle ross das hier direkt mal aus alles der wille zählt kohle 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 Vielen Dank. Komme ich nicht zurück, Alter? Auch lustig. Oh, yeah, Alter. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, ho, 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 ho. Oh, ich hab den gefunden. Okay. Okay, Bruder. Wie viele wollen hier spawnen? Ja. Ja, ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. oh man hat zigzag habe ich viel faktor endlich endlich dicker endlich dicker ich hab endlich licht endlich endlich licht endlich haben wir nicht einmal es ist es ist bin ich glücklich endlich leute hätte ich keinen nervigen mobs die spawn wirklich das fakt mich am meisten ab hier endlich wir haben es leute wir haben der sieht schon aus wo ich sagen sieht schon sicher sechs jahres ok oder ein ich weiß wie handeln das ist schön wir haben endlich die ersten fackeln unsere spawn keine mobs mehr in unserer base was macht er denn das hat der frau die tutsche gar so muss ich das hier noch zu das ist bloß kein creeper renk oder da ich habe kein bock ich habe ich habe ich habe ich habe Oh, oh, oh. so läuft läuft doch überhaupt nur von mir aus das ist doch läuft zwei verschiedene sind es mir so schnurz egal man ticker geniert ja ja und egal und ja ja so nötig ich war acht stunden arbeiten ich gebe ich nicht auf die eier ja tschüss Züger Ich werde die Base mal ein bisschen schick gemacht Wie war's denn? Richtig nervös, ich schwöre sie auf Gott Geh weg, oder? Ich kann kein Ding mehr Schülle Ich dachte, ich habe Ich kann kein Bock auf, ich stehe an der Oh, kackloch hier Bock auf euch Ich bin immer so komplett dicht, dass ich mich nicht mehr nerven kann Hey, es sieht schon super aus Ich muss es euch noch mal zeigen Gucken Sie da geht man hier runter und dann da 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 dann hier sagen wir gucken lange noch baut am besten mein plan funktioniert so bisher bei euch das nicht mehr so als oberwasser ist nicht mehr so mit brücke also alles wie hier etwas noch mal also alles wieso alles so bauen das ist alles so oben ist das der plan für den nächsten paar mal ich danke euch fürs zu gucken wir haben in der folge einiges geschafft und dreimal gestorben gefühl wieder ich danke fürs zu gucken ist eine extrem lange folge diesmal geworden ich versuche jetzt regelmäßig folgen zu machen aber ich bin immer noch krank das kann auch wieder paar tage dauern ich wünsche auf jeden fall ein angenehm tag und schönen abend noch und dann fürs zuschauen das gerne ab und gleich da guckt die videos ruhig bis zum ende das darüber will ich mich freuen vielen dank noch mal an der stelle haben alle viele support und ciao